Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Steiner... Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. 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 Das war ein Befehl! Der Angriff Steiner ist ein Befehl! Wer schickt sie? Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Ich bin sogar die SS! Die gesamte Generalität ist nicht zweimal so ein Haufen niederbrechtiger, treuloser Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verbraten... Nichts als Feiglinge! Verreiter und Versager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Die Generalität ist doch geschmolst des deutschen Volkes. Sie ist ohne Ehre. Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademien zugebracht haben, nur um zu lernen, wie man Messer und Gabel hält. Jahrelang ist das Militärmalarationen nur behindert. Es hat mich jeden nur als Wichtigenwiderstand in den Weg gelegt. Ich hatte gut daran getan. Von Jahren alle Höreroffiziere liquidieren zu lassen, wie Stalin. Ich war nie auf einer Akademie. Und doch habe ich allein, allein auf mich gestellt, ganz Europa erobert. Verräter. Von allem Anfang an bin ich so verraten und betrogen worden. Es wurde ein ungeheuerer Verrat geübt am deutschen Volke. Aber alle diese Verräter werden bezahlen. Mit ihrem eigenen Blut wird sie bezahlen. Sie werden in ihrem eigenen Blut gesaufen. Bitte gerne. Jetzt beruhig dich doch. Meine Befehle sind in den Wind gesprochen. Es ist unmöglich, unter diesen Umständen zu führen. Es ist aus. Der Krieg ist verloren. Aber wenn Sie, meine Herren, glauben, dass ich deswegen Berlin verlasse, irren Sie sich bewaltig. Eher jagle ich mir eine Kugel durch den Kopf. Tun Sie, was Sie wollen. Das ist ein Bgezwitspiel. Das ist ein Bgezwitspiel. Das ist ein Bgezwitspiel. Leitere Widerschel. Das ist ein Bgezwitspiel. Untertitelung des ZDF, 2020